Digitale Kirche geht zu mir hin. Ich bin im Netz unterwegs, beruflich, privat, wenn ich was für Leute mache und ich möchte, dass Kirche da ist, wo ich bin. Das ist klasse, wenn die zu mir kommt. Wenn Kirche das macht, dahin gehen, wo die Leute sind, auch im Netz, dann kommen Leute zusammen, die was gemeinsam machen können. Mir ist das so gegangen. Ich habe herausgefunden, dass im Kölner Projekt die Ballmeister in Münheim jemanden suchen, der da mitmacht. Das ist ein Laden, wo Leute hinkommen können, die im Fede wohnen, die zusammen was machen wollen, Gemeinschaft erleben, sich was Gutes tun. Und ich durfte da mitarbeiten und ich wusste das aus Social Media. Ich bin im Auftrag des WDR.